ich und ich bin es nicht gewesen ich mich ja noch ein ist auch ein lied das soll auch so bleiben kann sprechen jetzt heißt es du oder ich du einäugiger freak weiter stimmbodul verifizierung sprechen größe spielt nur eine rolle wenn du ausgewachsen bist baby gut weiter stimmbodul verifizierung sprechen ich halte das auge aus und pisse in ein gehirn durch stück alien scheiße gut weiter stimmbodul verifizierung sprechen ich habe eier aus stahl negativ wiederholen ich habe eier aus stahl negativ mir nach sprechen ich habe eier 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 aus stahl ich habe eier 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 aus stahl gut weiter hey idioten tja jetzt bin ich wohl verkleidet testing order duke english duke german duke frank duke italien oh god okay okay k training areas klone okay das ding geben die man ins training uli training ist ja wichtig und gucken und wie die trainiert werden es geht es training und geht es gut also noch ein basketball spielen noch mal Nice. Hallo schnucki. Siehst gut aus. Danke. Okay, muss weiter, ne? Du Dully. Verdammt, ich seh gut aus. Nein, ich seh gut aus. Ich seh auch gut aus. Wie ich die Ego-Probleme habe. Stimm oder stirb, Baby. Ich schau dir in die Augen. Die Ladies werden uns lieben. Sexier geht's nicht. Seht euch meine hübschen Muckis an. Yes. Für die Ladies. Okay. Okay. Nicht schwer genug. Ah. Okay. Und die Liebe, die ich von der Proton euch zu teilen verlasse. 2-2. Drei. 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 Und das. Drei. 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 Kannst das schon tun? Tsi, aus. Drei. Drei. Mit. Der Rest. da ist gut dann mal was da machen das terminiert Ich habe immer wieder auf den Duke gebetet. Die letzte Schlecher der Duke. Ich habe immer auf den Duke gebetet. Ich habe immer auf den Duke gebetet. Der Duke ist sicher. Der Duke ist sicher. Oder? Iker! Du weg oder du wirst terminiert. Ich habe Eier aus Stahl. Ich habe Boulot in Acier Tromper. Ich will eine der Fremdsprachen sprechen. Sie benutzen den verdammten Mond. Okay. Warte. Warte. Das war weg. War eh ein scheiß Plan. Ah. Ah, Kumpel. Und siehst du mal wie toll da in, äh, die jetzt hier sind. Ah. 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 Jukain. Jaa, ist ab! Geil. Jukain. Area 51. Heut educational film series. Geil. Ah. Training ins Ausbildungszentrum. Naja, mach ich. Aha, okay. Ah, Duke-Clone 69 ist dann. Okay. Easy. Du bist völlig Arschgesicht. Komm her, Schwabeltitte. Was? Komm her, Schwabeltitte. Willkommen. Bitte gehen Sie weiter zum Kampfbereich. Okay. Wir weisen darauf hin, dass sich in dieser Arena mehrerer Konkurrenten befinden. Ah, einer. Nur einer kommt weiter. Viel Glück. Möge der Stärkere überleben. Bitte nehmen Sie die zugeteilte Waffe. Sie können beginnen, sobald Sie soweit sind. Äh, ja, halten. Lektion eins. Leg dich nicht mit dem echten Duke an. Leg dich nicht mit dem echten Duke an. Bitte bringen Sie Ihre Waffe zur Zentralkonsole zurück, ehe Sie fortfahren. Ja. Oh. Ähm. Bitte nehmen Sie die zugeteilte Waffe. Sie können beginnen, sobald Sie soweit sind. Was? Okay. Aua! Aua! Nein! Feicht, sie hat mich getroffen. Oh, wie eklig. Ah, das ist eklig. Ach, du scheiße. Anker to an Area 51 Security Bot erledigen Sie sich mal skidartig, wenn du nicht eingreifst. Ja, habe ich aber schon gemerkt. Okay. Bitte nehmen Sie die zugeteilte Waffe. Sie können beginnen, sobald Sie soweit sind. Yup. Oh Gott. Nein, ich bin nicht tot. Oh Gott, was ist jetzt los? Letzion 1. Leg dich nicht mit dem echten Duke an. Genau. Bitte bringen Sie Ihre Waffe zur Zentralkontrolle zurück, ehe Sie vom Fahren. Okay. Bitte nehmen Sie die zugetragen Waffe. Sie können beginnen, weil Sie soweit finden. Lektion 2. Leg dich nicht mit dem echten Duke an. Lektion 2. Leg dich nicht mit dem echten Duke an. Lektion 1. Scheiße. Wie gegen die Sie zu kämpfen ist ganz schön hart. Oh Gott, jetzt habe ich keine Entdeckung mehr. Fahr. Bitte nehmen Sie die Zube. Bitte nehmen Sie Waffe. Sie können beginnen, weil Sie dabei fliegen. Nein. Lektion 3. Vergiss nie Lektion 1 und 2. Ja, das ist die beste Lektion. Bitte bringen Sie Ihre Waffe zur Zentralkontrolle. Bitte begeben Sie sich in den nächsten Bereich. Ähm, okay. Willkommen. Bitte gehen Sie weiter zum Katzbereich. Den außerirdischen Feind zu vernichten ist eine wichtige Aufgabe für Angehörige von Dr. Protons Robot-Army. Machen Sie sich verteidigungsbereit. Mangelhafte Verteidigungsbereitschaft führt möglicherweise zu Verlust von Klimmassen, Seekraft und Würde. Bitte geben Sie also Ihr Bestes. Bitte nehmen Sie die zugeteilte Waffe. Sie können beginnen, sobald Sie soweit sind. Hallo, er hat mir nicht... Ich habe mir nicht mal die Waffe geholt. Du Armleuchter. Alles eine Frage der Reflex. Und... BÄM! Prost! Prost! Ey, das ist immer einer! Oh, boah, das ist wie eben. Wer ist das? Nein, noch da bin. Da! Ja! Ja, die Porten sind immer weg. Da! Oh ja! Wo das herkam, gibt es noch mehr. Da! Da! Du küsst! Meins! Nummer 2 und 3. Bitte bringen Sie Ihre Waffe zur Zentralkonsole zurück, ehe Sie fortfahren. Bitte begeben Sie sich in den nächsten Bereich. Okay, Nummer 3. Ach du elend. Willkommen! Bitte gehen Sie weiter zum Kampfbereich. Glückwunsch! Dies ist der letzte Test. Es ist wichtig, dass der letzte Test der schwierigste ist. Heute geht es bei diesem Test gegen den außerirdischen Feind. Äh! Verwirrlich. Bitte nehmen Sie die zugeteilte Waffe. Dies ist für eine komische Waffe. Du begeben, sobald Sie soweit sind. Dies ist für eine... Äh! Was macht die? Mann, das kommt gut. Und jetzt? Ja! Bitte! Dich juck, du tot! Oh mein Gott. Äh! Hör mit der Bluterei auf reich an. Dich unterlegen ist so einfach wie atmen. Nein! Nein! Jetzt ist Schloss mit dem Affen-Zirkus. Achtung! Anomalien entdeckt! Ach komm schon! Das ist niemand... Das gehört doch niemand zum Test! Dieses Schummeln! Du Arschloch! Ach komm schon! Hier! Tack! Warte mal! Ah hier! Oh ok! Geht einmal, ne? War schön! Hilfe! Hilfe! Du wirst keine schöne Leiche! Ähm! Ah komm schon! Gut! Guck mal, ne? Wird die Knarre... Äh! Ähm! Guck mal, ne? Wird die Knarre... Das ist jetzt besser... Der scheiss Terminator! Oh Gott, der hat die Rufbunde! Au... Da sind wieder Aliens oder was? Ist nehm ein Geräusch! wir haben ob man immer die klone ich habe es gegen plagiate arschloch ich die tue erschreckt du blech wichser genau das ist eine knalle danke nett wow danke dass du einen neuen fluchtsweg ermöglicht hast sehr nett